Ja, 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 ich komme der Sache schon näher. Okay, zurück zu meiner Gangsterstimme. Geh schon. Natürlich, wachen. Maul halten! Natürlich. Warte, ich lese. So. Geht weg! Geht weg! Ich ziehe mich um! Ich ziehe mich gerade um! Yeah! Scheiße, ich kann mich nicht mehr heilen! Scheiße! Nein! Na, es war halt eingesperrt! Und züss! Züss! Das jetzt... Ah, jetzt geht es mir besser. Los! Hallo! Okay, ich bin sie los. Jawoll! Jawoll! Hör auf, mit deiner Waffe auf mich zu zielen! Das macht man nicht! Ja! So! Boah! Wie soll ich das schaffen, hä? Ohne jemanden umzubringen. Hilfe! Hey, ich tue euch nichts! Stirb du zuerst! Hey! So! Hier bin ich! Headshot! Au! Ich lass dich auspeichen und in meine Miene werfst du jemanden schwer schick dich! Verdammt! Ah! Das sind sie! Ja, ihr müsst mir nicht alle sagen, wer ihr seid. Das interessiert mich recht wenig. Okay, gut. Das finde ich gut. Jetzt kann ich alles nochmal machen. Das finde ich sehr gut. Das geht nochmal schön. Versuchen, ein richtiger Assassine zu sein. Okay. Ihr dürft mich nicht zählen und ihr werdet mich auch nicht zählen. Ist das eine Wache? Das Elfenbeinzimmer? Nein, zu teuer. Sieht nicht danach aus. Okay. Wer sieht mich? Ach, er. So. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Unglaublich! Er ist weg! Wie hat er das gemacht? Du musst dich nicht mehr lange verstecken! Oh, doch. Du musst nur ein bisschen hierbleiben und du wirst von alleine aufgeben. Wenn du dich zeigst, wenn du dich nicht mehr verbringst. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Hexenfisch. Was für eine Beleidigung. Man sollte hier drüben doch patrouillieren. Ich weiß dann, wo du hier bist. Ich werde dein Versteck finden. Ich werde dein Versteck finden. Morgen. Warte, ich muss es speichern. Verdammt. Äh. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Ist mir egal. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Verdammt, 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 verdammt. Die können mich hier noch einen Blick sehen. So. Hm. Ja, ja. Irgendjemand. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Das darf aber nicht wahr sein. Ich hasse das. Einer entdeckt mich und alle wissen, wo ich bin. Das geht gar nicht. Diese Logik. Ja. Von hier seht ihr mich doch nicht, oder? Okay. Das finde ich gut. Ich schleiche mich mal rein. Und speichere. Warte, warte, warte. Von welcher Seite soll ich kommen? Er hört mich sicher. Halt die Klappe. Ich sollte einfach mal die Fresse halten, ey. Es tut mir leid, aber es musste so enden. Ja! Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Kann ich das mitnehmen? Scheiße, ich sollte... Kann ich. Warte. Naja, wenn es alles nicht bringt, muss ich sie anschläfen. Sorge, ich finde dich schon. Gerne, Sorge, ich finde dich auch. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Ich muss immer gucken, wo die sind, ey. Büro der Madame und wo ist denn der zweite? Katis-Penning. Ich werde dich finden, du Hexen-Pfett. Hilf mir doch, jemand! Nein, 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 nein! Ja, ver... Fing... Ihr seid alle so! So! Gib auf! So, jetzt ist er tot. Hier verdient es keiner zu leben. Nicht so sehr, wie ich es tue. Ja. So. Habt keine Angst. Der nächste. Aus der Schafsinie! Und wer hat mich gegnt? Ja. Hilfe! Hilf mir doch! Ja, natürlich. Ja. Ich hab euch doch reingeschläfert. Ihr scheiß Vertrüger. Ja. So. Ja! Ach komm, was soll's! Kriegen wir halt was schlechter in der Fuck drauf. Hauptsache, mir geht's gut. Was ist los mit mir? Mir geht's gut. Okay. Irgendwelche Wertsachen. Wasserpfeifen, Kerzen, Aschenbecher. Alles, was ich nicht brauche. Hä, hä, hä. Clean seit 50 Jahren. Oh. Das Gebäude ist nicht mehr sicher. Ich glaub, das war's noch nie. Ich finde dich schon noch. Noch einer. Zwei sogar. Ich werde dich finden. Ja, wartet. Ich muss mal kurz den Timer wiederfinden. Ich weiß, dass du hier bist. Und ich weiß, dass du da bist. 41 Minuten. Wartet, wartet, wartet. Ich muss kurz... Ich weiß, ich soll das eigentlich vorher machen. So. So. Okay, 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 okay. Jetzt kann's weitergehen. Okay. Mich! Mich wollt ihr finden? Haha! Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Das hab ich gehört. So. Schläft einer? So. Ach, du darfst schon schlafen. Was ist hier hinten? Hey. Baby. Look at me. Kann ich dich hier einfach erwürgen? Oh! Okay, daneben nicht. Ich wollte mich auch ein bisschen vergnügen. Wer ist das? Schlaf gerade. Es tut mir leid. Ich muss dich leider von mir lassen. Aber du wirst es überstehen. Vergessen nie. Take on me. 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 So. So gerustlos. Yeah. I got the booty. Oh. I got the booty. Sie gibt tolles Feuerholz. Ich bin kein Frauenkiller. Nein, das bin ich nicht. Okay. Happy, gut. Alles gut. Ah. Äh. Yup. Ich glaube, das ist also ziemlich alles hier. Dann gehen wir mal zum Büro der Madame. Madame. Oh, bitte. Tun Sie mir nichts. Nein. Ich bin nur eine Geschäftsfrau. Oh nein. Bitte nicht. Ähm. Was soll ich denn mit dir machen? Habe ich eine Mission? Hilf mir doch, Jeb. Halt die Klappe. Hm. Kräfte. Ah, ich kenne ja was Neues. Ich habe sechs Ruhnen. Knochenartefakte. Wink. In seltenen Fällen steht ein Trank deiner Mana vollständig wieder her. Ja, brauche ich nicht. Ich versuche, ich, bleh. Ich brauche meine Mana fast nie. Fast nie. Ich glaube, jetzt könnte man ein bisschen, was ist das? Überraschkiger, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zuaschen. Nee. Sprung erhöht sich. Gesamte Bewegung erhöht sich. Was ist das? Aha. Vitalität. Ah. Ja, ja. Das kann ich gut gebrauchen. Yeah. Gesamte Bewegung verbessert sich. Ah. Ich dachte, ich werde erhöht. Gut. 80. Nee. Was ist das? Schnelle Vorwärtsbewegung. Ah, jetzt kommt Stufe 2. Schnelle Vorwärtsbewegung über längere Distanz. Teleportieren. Nee. Tödlicher Schwarm. Erschwert einer Rattenschwarm. Das ist sicher noch lustig. Das nehmen wir jetzt. Tödä. Drücke einen bösartigen Rattenschwarm aus. Du Beschwör. Der Tote verzählt, das jeweils nächste Lebewesen angreift nach einer Weile. Verteilen sich die Ratten wieder. In der zweiten Stufe beschwörst du noch mehr Ratten und Gegner werden noch schneller aufgefasst. Interessant. Ziele Habe ich gemacht Und so, dass Emilys Aufenthaltsort herauszufinden Ah, mit hier muss ich gar nichts machen Glaube ich jetzt mal Ähm, ich habe eine Frage Vielleicht hier Nichts über das Brauche ich auch nicht Ah Ich weiß, dass du ein Knabber Für das Kind Sie ist wichtiger, als er mir vorstellen könnte Deswegen beschloss ich den Genauen Schlüssel an mich Wir müssen das Mädchen kümmern Frechig, irre ist und will sich immer In ein eigenes Zimmer ziehen Danke, ich werde sie Wow Geht es ihnen gut Geht es ihnen gut Wow, wow, Lady Ganz ruhig Nein, 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 nein Halt Halt Einfach Einfach Bleiben, 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 bleiben Bewusstlos Bewusstlos